Ich lerne Deutsch. Nummer 10879 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In unserer Organisation arbeiten viele Menschen zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. In unserer Organisation arbeiten viele Menschen zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Evolution im Sport spiegelt sich sowohl in Rekorden als auch in der Technologie wieder. In ein paar Minuten ist meine Nachtschicht vorbei. Dann kann ich nach Hause fahren. Mit Ambition kann man Ängste überwinden und mutig neue Wege gehen. Mit Ambition kann man Ängste überwinden und mutig neue Wege gehen. Erfolg ist oft das Ergebnis von Beharrlichkeit und positivem Denken. Erfolg ist oft das Ergebnis von Beharrlichkeit und positivem Denken. Wandern ist eine tolle Möglichkeit, die Natur zu genießen und neue Abenteuer zu erleben. Wandern ist eine tolle Möglichkeit, die Natur zu genießen und neue Abenteuer zu erleben. In jeder Beziehung gibt es Kämpfe, aber wahre Liebe überwindet sie. In jeder Beziehung gibt es Kämpfe, aber wahre Liebe überwindet sie. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich probiere dich. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020